Hallo und neun, willkommen bei Mobiltest, hier ist Markus. Ein kurzes Video zwischendurch. Es geht eigentlich nur um etwas, über das ich mich sehr gefreut habe. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Ja, nicht meine Garmin, über die freue ich mich eigentlich jeden Tag. Aber wie wir hier sehen können, ist das mein Armband nach mittlerweile knapp 6 Monaten eingerissen. Und wir haben eine besondere Befestigung bei diesen Garmin Uhren. Wenn man das sehen kann, wenn der Fokus drauf kommt. Und ja, ich muss also neues am Armband hier. Weil so geht das nicht. Das Problem ist nur, diese Garmin Armbänder kosten original 50, 60 Euro. Original natürlich nur. Scheinbar mit diesem Dreieck. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob man so ein Dreieck, ob das wirklich ein eingetragenes Warnzeichen ist. Wie dem auch sei. Ich war relativ schockiert, als ich gesehen habe, dass diese Ersatzarmbänder bei Garmin 50, 60 und mehr Euros kosten. Also habe ich mir ein Nicht-Garmin Original Armband gekauft. Für 15 Euro, was in diesen üblichen, wunderschönen Amazon-Verpackungen kommt. Und wenn man das mal aufmacht, stellt man fest, da ist eine ganze Menge drin. Wir haben da irgendwie neben dem Armband so eine Garantie-Qualitätszertifikat. Warum auch immer. Zwei Schraubendreher, die ich bei der Garmin Uhr nicht brauche, aber es sehr gut finde, dass die mit dabei sind. Und das Armband selber. Und was soll ich sagen, ich habe es vorher schon ausprobiert und deshalb will ich es euch eigentlich nur zeigen. Der einzige Unterschied ist, dieses Armband hier ist, das Garmin Armband ist auf der Oberseite geriffelt, wie ihr sehen könnt. Und das hier ist nicht geriffelt, sondern hat so einen, ja so einen, ansonsten sind die, wie ihr seht, gleich dick. Sie haben dieselben Maße, der einzige Unterschied ist, dass hier die Schnalle schwarz ist und bei dem Original Garmin ist sie silber. Und ich habe das Gefühl, dass die Schnalle ein bisschen leichter ist, als die vom Garmin. Was mir noch sehr gut gefällt bei dem Ersatzarmband ist, dass wir hier diese, ihr kennt diese kleinen Befestigungspnöpel, die hier mit drin sind. Das heißt, wenn die einmal eingerastet sind, rutscht das nicht weiter. Der Anbau ist wie bei Garmin üblich. Ja, wir haben ja hinten diesen, diesen Schließmechanismus. Und den ziehen wir rein. Ja, also nach hinten ziehen und dann kann man das Armband entfernen. Und das neue kann man ebenfalls, hat auch so einen Mechanismus, nach hinten ziehen und einsetzen. Und das machen wir hier genauso. Es ist super einfach. Und nach hinten ziehen und einrasten. Und schon ist das neue Armband dran. Und ich habe es jetzt bereits getragen. Ich bin da heute meine persönliche Rekordrunde mitgefahren. Ich bin total begeistert für den Preis von dem Ding. 15 Euro kostet das, glaube ich. Es passt wirklich perfekt. Es ist kein bisschen Spiel zu sehen. Es ist wirklich, es schließt perfekt ab. Es geht da kein Licht durch. Es ist genau so lang wie das Original-Garmin, wie ihr seht. Ja, da ist keine Änderung drin. Es fasst sich wirklich, wirklich gut an. Und es trägt sich sehr leicht und sehr angenehm. Und zu meinem Erstaunen haben wir übrigens dieses Garmin-Logo, von dem ich gesagt habe, ich glaube, man kann es halt nicht geschützt. Man hat halt auch hier ein Dreieck drauf. Und man hat halt auch hier die Dreiecke drauf. Alles in ein. Wie gesagt, ganz kurz jetzt nur zwischendurch. Einfach, um das mal zu sagen. Wer also mit dem Gedanken spielt, ich brauche ein neues Garmin-Armband oder ein neues Armband für meine Fenex oder für irgendeine andere Uhr, der kann hier tatsächlich bedenkenlos zugreifen. Die Qualität ist super. Die Qualität ist super. Das Armband funktioniert gut. Es riecht nicht. Es passt perfekt. Und das für einen Preis von irgendwie 15 Euro. Gibt das in diversen Farben. Alles in allem. Das war nur mal kurz zwischendurch. Vielen Dank fürs Zusehen. Und das Armband ist übrigens unten verlinkt. Da könnt ihr es kaufen. Kurze Info. Wenn ihr drauf klickt auf den Link, das ist ein Affiliate-Link, dann bekommt Mobiltester ein bisschen Geld für. Das dürfte dann bei jedem Armband ungefähr 1 Cent sein oder weniger. Wie gesagt, kauft es euch einfach. Guckt auch mal nach verschiedenen Farben. Ich bin jetzt auch noch überlegen, mir irgendwie sonst ein Blau vielleicht zuzulegen oder ein Weiß für den Preis. Super, gut gemacht. Dankeschön. Wiederhören. Ciao. Ciao. Ciao.